Musik Sie mögen doch bestimmt auch den Fluss in einer Stadt, die zum Verweilen einladen und weich und groß sind. Und deshalb schaffen wir ja auch die Schubmängersgeld. Genau. Wie es bislang so gar nicht gab an der Mediaspray beispielsweise. Jetzt geht es um das gesamtstädtische Interesse. Ist das gesamtstädtische Interesse bezüglich der Spree-Ufer eher in der Bebauung mit Büros und Wohnungen bis nicht ans Ufer, stichwort Uterspray, oder in der Schaffung von freizugänglichen Kulturen in der Wohnungsfläche als Grünzug, stichwort Uterspray? Da sage ich Ihnen, beides ist miteinander in einen Klang zu bringen und das machen wir ja auch. Wir schaffen die Uferwege, aber Bebauung muss auch sein. Gerade im Bereich Mediaspray, wer was gegen Mercedes da hat neben der Rotube, das ist nicht direkt an der Spree, tangiert überhaupt gar nicht den Wunsch, den Zugänglichkeiten und insofern gehört beides zusammen. Wollen wir ja auch als Initiative, beides, mit einem vernünftigen Einklang. Gut, okay, das ist schon mal eine sehr gute Antwort. Sie befürworten doch sicherlich die Chancengleichheit und fänden es negativ, wenn Berlin entwickelt wie London und Paris? Eine Frage wäre wahrscheinlich, ne? Ja, also finden Sie den Berliner Wohnungsmarkt auch so entspannt wie Ihre Kollegin Senatorin Hümer-Reier oder sehen Sie die gegenwärtige Wohnungsknappheit, diese Nachfrage über der Überhang in den Innenstadtbezirken auch als so eklatant an, dass man im Schnitt von einem stadtweit angespannten Wohnungsmarkt werden kann? Also in der Tat verschärft sich die Situation, das kann man ja sehen bei Neuvermietungen vor allen Dingen. Und in bestimmten Quartieren wie hier beispielsweise, das angesagte Gegend, wo viele eine 1-2-Zimmer vorhanden, ist der Markt relativ schwierig geworden und auch neu. Ja, also zumindest seit dem Mietwucher wieder verboten, seit § 5 wird ja im Schlaf gesetzt. Mietwucher ist ja verboten. Ja, das wird nicht angewendet. Nein, das ist ja was anderes, wo es ja einer dann umsetzen soll. Ansonsten haben wir aber auch 100.000 neue Wohnungen in dieser Stadt und wir haben immer noch eine Mietpreissituation, die weit unter dem Mietwucher in anderen vergleichbaren Städte fließen. So, trotzdem muss man gegensteuern. Deshalb wird Ihre Antworten. Wir wollen 30.000 neue Wohnungen haben für die Wohnungsbau-Gesellschaft, gerade in diesem Segment. Ein 2-Zimmer von einem Korrektivschirm auch in den Quartieren, wo es eng wird. Zweitens, wir haben eine Zweiteinitiative ergriffen, Modernisierungsumlagen auch von 11 auf 9 Prozent zu reduzieren. Drittens, wir haben gerade im Senat beschlossen, in 6 Bezirken die Verlängung der Schutzfristen bei Eigenbedarfskündigung von 3 auf 7 Jahren. Und das sind konkrete Maßnahmen. Und die Bundesratsinitiative nicht zu vergessen. Haben wir gesagt. Dritte und letzte Frage, Sie selbst wohnen bestimmt nicht gerne an einer Autobahn oder wollen auch keine in Ihrer Nähe haben. Aber Sie werden sich wundern, Sie wohnen an einer Hauptverkehrsstraße, wenn sehr viel Verkehrslärm hat. Da sind Sie beim Falschen gelandet. Eine sechsprüge Autobahn, H100, Frage. Eine sechsprüge Autobahn ist bei mir in der Nähe und ich freue mich auf dieser Autobahn sehr schnell nach Schönefeld zum Flughafen beispielsweise zu kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie meine Wohnstraße aussehen würde ohne diese Stadtautobahn. Sicher, wir haben einen Bestand an Autobahn, klar. Wir wollen jetzt nicht alle zurückfahren. Ja, aber auch dieser Bestand an Autobahn zeigt, wie wichtig die sind. So, ich sage Ihnen klipp und klar, natürlich kann man eine Stadt nicht autogerecht bauen, kann überhaupt gar kein Ziel sein. Wir brauchen ein öffentliches Nahverkehrsangebot, was die Leute überzeugt, ihr Auto stehen zu lassen und mit dem öffentlichen zu fahren. Das ist unser Konzept, deshalb investieren wir auch weiter in Straßenbahnen, in den U-Bahnbau und in einer verbesserten Verkehrssituation. Trotzdem brauchen wir bestimmte Anschlüsse wie die A100 und dafür stehe ich auch. Und das entlastet auch Wohnstraßen. Dementsprechend kann man beides machen. Öffentlichen Nahverkehr ausbauen und trotzdem die A100 bauen. Das ist ja schön, in der Frage wäre es nämlich um die Alternativen zur A100 gegangen. Die Alternativen zur Stadtautobahn sind natürlich gewünscht, auch von Ihnen wahrscheinlich. Also wenn es dann Alternativen gäbe zu einer 6-spurigen Autobahn... Sie werden ja nicht mit einem kleinen Autobahnabschnitt alle Verkehrsprobleme führen. Dann brauchen Sie sowieso noch Ergänzungen. Genau, eine Stadtstraße zum Beispiel. Ja, aber es braucht nicht, dass man dann auf einmal Anlagestelle dann auf einmal ausbauen zu einer 8-spurigen Städte sollte auch keine Alternative sein. Also, wir sind auf der Suche nach Person. So! Okay, prima, danke. Danke! Haben wir ja in 90% der Fälle über einstecken. Super! Sensationell! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn die SPD Druck ausübt, natürlich nicht. Ach, dann ist auch die SPD schuld, wenn die Grünen dann zum Beispiel umkippen. Und die Grünen und die Linken würden die Autobahn nicht bauen. Für wen in Hamburg das Kohlekraftwerk. Ja, das ist ja auch noch nicht gebaut, wenn die Koalitionsveranstaltungen machen sich nicht einig. Ja, das ist ja schon, dass die SPD uns durchsetzen. Danke. Ja, das ist ja auch noch nicht.